Ich begrüße euch ganz herzlich zu unserem Abendgebet aus Maria Laach. So viele Gleichnisse und Worte in der Heiligen Schrift sprechen vom Hunger. Doch wer in unseren Breiten weiß schon wirklich und existenziell, was Hunger bedeutet. Zumal es so viele Dinge in unserem Alltag gibt, die uns Sättigung verheißen. Im Evangelium heißt es, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungern. Und wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben. Hier spricht Jesus nicht den physischen Hunger an, den knurrenden Magen, sondern den Hunger der Seele. Diesen Hunger, den haben besonders diejenigen, die in ihrem Leben, in ihrem Alltag von allem zu viel haben, übersättigt sind von den Dingen des Alltags. Jesus will, dass wir zu ihm kommen. Er will unseren Hunger und unseren Durst stillen mit dem, was er zu geben hat, nämlich Leben in Fülle. Wenden wir uns vertrauensvoll zu ihm, spüren wir nach, wonach wir wirklich hungern und lassen wir uns von ihm sättigen. Lasst uns diesen Tag mit einem Gebet beschließen. Jesus, du willst den Hunger und den Durst unseres Lebens stillen. Trotz so vieler Angebote, uns pappsatt zu machen in unserem Alltag, sprichst du jetzt das Wort des Lebens zu uns und wir können spüren, welche Sehnsucht es in uns weckt. Schenke uns eine ruhige Nacht und hilf uns morgen, angetrieben durch den Hunger nach dir, den Weg als Christinnen und Christen zu gehen. Ich wünsche euch einen schönen Abend und eine gute Nacht. Ich wünsche euch einen schönen Abend und ein schönen Abend und ein schönen Abend und ein schönen Abend. Ich wünsche euch einen schönen Abend und ein schönen Abend. Ich wünsche euch einen schönen Abend und ein schönen Abend.